Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Kurzum, Verzauber mit Akio. Wunderbar. Nun, stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aber statt die Murmeln zu werfen, müssen Sie die Murmeln zus- Genau so! Das passiert den Besten von uns. Ausgezeichnete Kontrolle. Sehr gut. Punkte für Hufflepuff. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Ohnei, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie! Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Ohnei, Sie spielen rot. Verstanden? Hm? Ja, Sir. Sie sind gut, too. Akio! Oh! Das war vernichtend. Transinfektion. Na bitte! Sehr gut! Genau so wird das gemacht. Akio! Na dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. Ha, in der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Na dann wollen wir mal. Achio! Du willst es mir wahrlich nicht leid machen, oder? Dann los! Oh ja! Nicht, dass ich es auf dir jetzt leicht machen werde. Ausgezeichnete Kontrolle. Transplantation. Genau so wird das gemacht. Nicht gerade stark. Ach hier. Nicht, dass es mich stört. Sehr gut. Alle beide. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Vielen Dank.